Freunde, familiare und auch Verwandte, es ist soweit. Wir sind wieder zurück auf die Simons, es geht los. Heute ist der allerbeste Jutzer, der Gerhardt. Ich habe keine Ahnung von Fußball. Aber es wird fett eskalieren. Wir sind stockvoll. Man wird völlig übermüht in dieser Match. Aber hey, wir machen jetzt einen Cut, und wir haben gesehen, wir sind Stadion. Ich mache es wieder gut, doch gehe dann wieder los. Ich will Designer-Shit doch eigentlich auch nicht. Ich will dich jetzt und hier. Ich will dich jetzt und hier. Ich blieb mein Leben, aber mach es mal eben nicht. Wenn wir Brüdern, das für immer, Baby, das ändert sich. Also Freunde, wir sind jetzt hier auf einem Stadion. Wir haben den Tag danach. Match Prediction, Luzern gegen Lausanne. Bro, was sagst du? Ja, aber ich sage ehrlich, ich glaube, heute gibt es ein 2-1 für Luzern. Aber ich habe nicht so viel Ahnung in der Schweizer Liga. Also, wird schwer. Das heisst du? Ja, ich sage, es gibt ein 2-0 Luzern, weil halt Lausanne aufgestiegen ist und so. Von dem her, ja. Ich sage es 2-0. Ich würde sagen, wir sehen, wir sind im Stadion. Jalla. Freunde, wir stehen. Es geht los. Wir sind tot aushalb. Der erste Heim-Match drinnen. Der erste Heim-Match. Jalla. Der erste Heim-Match. Ja, es sind auch ein paar Neuzugänge. Das ist gut. Ich spiele mal frisch in die Unionspielen. Ja, ja. Freunde, wir machen die Lauf. Luzern rechts. Göhle links. Jungs, Auswärts-Fans von Losland. Einfach nicht da. Es ist leer mit denen. Das ist ein kleiner Verein. Wow, der Verein ist etwas gottlos. Schaut euch das an. Es ist kein Mensch da mehr. Das ist krank. Freunde, die sich erpiefen. Weil da liegt eine seit Stunden. Das ist bodenlos. Wahnsinn. Das ist Simulation. Der Sosa-Brüberg. Also, Freunde, was man muss sagen, ist, dass die Stimmung extrem gut ist, im Luzern-Stadion. Also, die Fans machen definitiv ein paar Geräusche. Maschallah. Geile Sound-Effekte. Eine Riesen-Chance. Schiess! Meier, schiess! Meier, schiess! Renato Sanchez ist auch noch aufgefangen. Sie sind 27, aber irgendwie. Der Renato. Der letzte 27. Der letzte 27. Ja, bis jetzt. Das ist in Ordnung. Aber es könnte sich mal etwas Grosses ergeben. Ich finde es cool, dass Lorenz heute im Kassi ist. Auf die Jugend. Maschallah. Riesen-Shots! Oh mein Gott, mach ihn, Mann! Ja, das ist gut. Oh! Oh! Scheisse! Oh mein Gott! Kranz! Kranz! Besser war der Kloster! Oh! Oh! Jetzt vielleicht ein Foto, mein Eure. Oh! 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 Das Eich ist gut! houses! Friedrich! Ich schaute euch das Jayr an! Alter! Fullhrer! Jeffery! Georg! Backe die enfermedung! 36 Minuten! Reinster ´Brauche! Lausanne sogar besser zu усп pflanzen! Passiert nicht, das ist components點! Es ist auch so gottlos heiss! Was sagst du, Rudi? Du bist krank. Ich heiss, ich halte es fast nicht mehr hin. Und was sagst du zum Spielen? Ja, es ist noch ein bisschen langweilig, aber... Viel zu langweilig. Also seit der Schlaufe ist immer gekommen, aber es ist der letzte Punkt fällt mir. Also sie kommen nicht zum Abfluss. Aber du hörst ihn fast besser. Du hörst ihn, er spielt momentan auf den Ball bis jetzt. Wir machen jetzt recht gut. Jetzt mach nicht auf! Du Pfeife! Oh shit! Shit, Latte! Latte, Bro! Krank, krank! Das ist kein Freundschaftsspiel, Mann! Bro! Das ist ein Kontrium, aber das ist Spaß! Freunde, Pause, Pause. Wir haben jetzt fast zwei, und dann geht's weiter. Yes, yes, yes. Freunde, Pause, machen wir bitte. Geil! Pause, Fazit. Es ist gottlos heiss. Ich weiss nicht, ob es noch lebt oder ob es noch tut. Zum Spiel, es ist bodenlos. Es ist 0-0. Es gibt kaum Chancen, weil Losa am besseren. Ich bin sehr gebrochen. Hat nie erwartet. Es kann ja noch etwas werden. In den zweiten Mal, wie es ist die grösste Schnapsflasche, die es gibt. Ja, Bro! Ich muss sagen, es ist schwer zu einschätzen. Wenn heute das Spiel nicht für sie entscheiden können. Ich muss sagen, sie versuchen immer weiter vorzugehen. Aber den Abschluss länger schlussendlich nicht. Aber ich würde sagen, einfach ein Spiel mitzuhören und können uns weiterverwürgen. Ich finde, es ist jetzt Pause. Wir haben uns fünf Bier geholt. Aber hey, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte. An die Awards und Supporter folgen wir auf Spotify. Hören wir mal diesen Song in den Nicht wie Du. Young Legend auf Spotify. Sehr geiler Song. Es würde mich mega freuen, wenn ihr das abschickt. Und ja, man warte jetzt bis weiter geht und suche bis zur Eirene. Purchase your tracks today. Haha! Geil! Freunde, es geht um die Halbzeitlauf. Yashari und Bilisje. Yashari und Bilisje sind in den Koyella. Hallo! Seid ihr Besuch? Ja, jetzt geht's. 1-0 Jungs, ich kann nicht jubeln. Alle probieren. 1-0 Jungs, ich kann nicht jubeln. 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 Oh mein Gott, eine riesige Chance. Der Buri Abi ist ja heute nicht dabei. Wir schalten mal zu Himmel, bis wir das BIM gleich ausziehen, was er so macht. 1-0 Jungs ist jetzt gleich fertig. Lass auf die Alponisier. Ja, mit 15 Sekunden Vorsprung. 3-0 Jungs. Haha, geil. Jetzt sind wir springen. Bro! Und Ulrich macht den Rett! Hör Bock, keine Mache! Hör Bock, du Buh! Mach den! Mal ein Held! Hey, ich hab mir nicht gefühlt. Werner, jetzt? Ich bin nicht vorbei. Was? Freunde, die Stimmung ist besser, denn ich. Jetzt könnte es sicher auch etwas ergänzen. Ich weiss nicht, ob es am Alkohol oder am Spiel liegt, aber es ist cool. Freunde, was ist da los? Es ist plötzlich super spannend. Ja, gerade rüberkommt. Ja, das nächste Bier kommt schon. Wir haben uns jemanden gezogen, wo es nur Bier für uns gibt. Ja, das ist traurig. Wir haben uns einen runter. Schau dich an! Hör 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 dich an! Auf Gottes Himmels Willen! Oh, die sind sicher gekommen! Also versuchst du mal hier drücken, aber... Genausam versuchst Karl! Die besten Männer aus Verneuung spielen. Sie finden, alles geht schon um die drei Punkte. Frage, schaffen sie es? Oh! 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 Freunde, ich habe euch auf den Weg gehen. Wenn ihr im Stadion seid, trinkt ihr zwei, drei, vier, 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 sechs. Die Sonne strahlt in eurem Gesicht und euch geht es einfach nur noch perfekt. Was? Jetzt noch ein heftiges Goal-Kolle-Zeit. Hört mein Leben schon noch verglücklichen. Hör dich an! Freunde! Es ist schon gerade eins zu eins. Aber deswegen sage ich, die Leute zu eins und du denen, weil ich immer tot sinken. Verstehe! Achtung! Hör dich an! Freunde! Hör dich an! Hör dich an! Verbrochen! Weisst du das Traurigste am Ganzen? Dass die zwei Hater vor uns sitzen und den Fan sind. Hör dich an! Karma trifft sie noch und wir machen noch einen. Hör unverwirrt. Sie machen hundertprozentig noch einen. Sie sagen, 2 zu 1 ist immer noch nach meiner Meinung. Ich komme mit in die 4-Zap. Ich hoffe, wir... Ja! Ja! 2 zu 1! Ja! 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 Scheissloser! 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 Drufjara! Ja! Ja! Weisst du! 2 zu 1 mit Louisiana! Eatet Us! Wirklichガ! Wirklich! Grohh, hlag. Wirklich! Nichts, ja, wirklich! Wirklich. 冷ziger! Es war ihreresiade. Wirklicher. Jaaa, Pöpste Luzern! Scheissluzern! Scheissluzern! Schön gemacht, schön! 2-1-100! 5-1-100! 5! 5! 5! 5! 5! Also Freunde, wir sind uns gerade an den Endspurt. Der Match ist durch, die Fans sind hier noch am Jubeln. Und man muss sagen, Luzern hat Prima gespielt. Wie ich gesagt hatte, ich habe ein 2-1 sehr gut. In der zweiten Hälfte sind sie richtig reinkommen. In der ersten sind sie mich nicht zu überzeugt, aber ich habe zweit. Es ist besser mehr. Also wunderbarer Spiel. Es heisst 2-1-100! Ja, du hast es sehr gut gesagt. 2-1 Böse geschätzt. Es ist geil. Also ist es hart zu stressen. 2-1-100! 2-1-100! 2-1-100! 2-1-100! 3-1-100! 3-1-100! 3-1-100! Ich grüße heute Kevin. Alles Gute von Nikola. Viel Glück zum Geburtstag, Bruder! Ich grüße noch Tassilo. Hier in den Kommentaren, Bruder. Du bist so lange gebiert, ich schätze. Ich grüße heute noch Nikola Rösti. Treue Fan. Einer von Simons. Ja. Das Wunder von Mbieri und Afriati. Das ist das Segum-Vlog. Wir versuchen jetzt nach Hause zu kommen mit dem Bus. Das ist super geil. Ich habe noch schnell in den Bergen gefunden. Ich habe noch etwas gefunden, so etwas gemein zu tun. Der Vlog ist vielleicht etwas anders geschnitten, wie ich das mal schneide. Aber hey. Das ist geil. Bald ist der Yalla zurück. Bald ist der Yalla zurück. Ihr könnt es gut schauen. Abonnieren nicht vergessen! Abonnieren nicht vergessen! Abonnieren nicht vergessen! Mach mal auf, Brusten! Mach ein Cash und mach nur mehr! Soviel. Pau, wie es doch hat bliebekeit!